Heute gibt es ein neues Update im Fall Arian. Der 6-Jährige wird seit Wochen vermisst und ist bislang nicht gefunden worden. Einige sprechen sogar davon, dass das ein Cold Case werden könnte, denn die Soko Arian soll in zwei Wochen wohl aufgelöst werden. Das wäre fürchterlich für die Eltern, für die Freunde der Familie und für den kleinen Arian natürlich auch. Fakt ist aber auch, die Chance, dass er noch lebt, ist verschwindend gering. Dennoch gibt es immer irgendwie eine Möglichkeit, wir erinnern uns an den Fall Natascha Kampusch, den ich jetzt auch extra immer hier auch nenne, die über acht Jahre vermisst war und festgehalten wurde, entführt wurde. Klar spricht das jetzt bei Arian eine andere Sprache und es wird vermutet, dass er an die Oste gefallen sein könnte. Und was die Polizei jetzt am wahrscheinlichsten findet, möchte ich mit euch hier durchgehen, denn dort gibt es jetzt einen brandaktuellen Artikel. Wenn ihr solche Videos interessant findet, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Ich bin bemüht, immer schnellstmöglich auch Updates zu den ganzen Fällen zu bringen. Also hier verpasst ihr nichts mehr rund um Gossip und auch diese ganzen True-Crime-Fälle, die ich jetzt hier behandelt habe in den letzten Wochen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier direkt rein. Der Artikel ist wie immer für euch auch unten verlinkt und Arian, was für die Polizei am wahrscheinlichsten ist. Das Schicksal des sechsjährigen Arian aus Bremerförde im Norden Niedersachsen ist auch Wochen nach seinem rätselhaften Verschwinden weiter unklar. Ende Mai, rund einen Monat nach dem Verschwindendes Jungen, hatte die Polizei den Fluss Oste erneut ergebnislos mit Drohnen aus der Luft abgesucht. Dann ist der Arian Fluss Oste bei neuer Suche im Visier. Keine neuen Hinweise. Der Großeinsatz galt einem 70 Kilometer langen Abschnitt zwischen Bremerförde und der Mündung der Oste in die Elbe. Fakt ist, dass die Strömung an dem Zeitraum, wo Arian dann vermisst war, auch sehr stark war, dass theoretisch die Möglichkeit besteht, dass er bis in die Elbe gespült worden sein könnte. Und von dort aus ist es gar nicht mehr so weit in das Meer und die Nordsee. Und das wäre natürlich ganz, ganz fürchterlich. Dann geht es hier weiter. Der Großansatz galt 70 Kilometer langen Abschnitt zwischen Bremerförde und der Mündung Oste in die Elbe, wie die Polizei in Rottenburg mitteilte. Rund 60 Helfer mit 18 Drohnen waren daran beteiligt. Die Einsatzkräfte flogen das in Sektoren unterteilte Suchgebiet demnach engmaschig ab. Besonders Aufmerksamkeit galt dabei mit Booten nur schwer zugängliche Uferbereiche. Doch auch die erneute Suche nach dem Jungen brachte nichts. Also auch ganz fürchterlich. Hier ein Suchhund. Diese Erklärung ist für die Polizei naheliegend. Die Polizei hat mehrere Vermutungen dazu, was mit Arjan geschehen sein könnte. Als am wahrscheinlichsten gilt, dass Arjan einen Unfall ohne fremde Beteiligung hatte. Also das ist jetzt hier, wie gesagt, das Wahrscheinlichste. Theoretisch gibt es aber trotzdem die Möglichkeit, dass so ein kleiner Junge da von irgendjemandem mitgenommen sein könnte. Ja, also das möchte ich zumindest, solange er nicht gefunden ist, hier auch immer noch benennen. Auch wenn das jetzt hier, wie gesagt, die Haupttheorie bislang ist. Gegen einen Kriminalfall spricht demnach, dass die Einsatzkräfte kleine Fußabdrücke an der Oste gefunden haben, die wahrscheinlich von Arjan stammten. Also auch das habe ich berichtet. Hunderte Hinweise eingegangen. In der Stadt Zeven hat die Polizei ein Lagezentrum eingerichtet, das bisher hunderte Hinweise auf das Schicksal des sechsjährigen Arjan aufgenommen hat und abarbeitet. Doch eine heiße Spur war bislang nicht dabei. Hier auch nochmal Bilder von der Suchaktion. Die Polizei bittet um Hinweise. Die Polizei in Bremer Förde hat ein Hinweistelefon eingerichtet und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer etwas zum Aufenthaltsort des Jungen sagen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04761 7489 135 oder auch die 144 zum Ende zu melden. Oder theoretisch könnt ihr auch einfach die 110 wählen. Aber bitte nur, wenn ihr wirklich ernst gemeinte Hinweise habt. Wichtig für die Leute jetzt auch das erste Video vielleicht zu dem Thema gucken, dass der Junge auch Autist ist und nicht auf direkte Ansprache reagiert. Und die Beschreibung des Jungen hat dunkelblonde Haare und trug zuletzt einen orangefarbenen längeren Pullover, eine schwarze Jogginghose mit Drachenmuster und Socken. Fürchterlich, dass es auch zu der Zeit sehr, sehr kalt in der Nacht wurde. Also selbst wenn er da nicht ins Wasser gefallen wäre, wäre das bitterlich kalt gewesen. Und da wird einem persönlich auch ganz übel. Es waren auch Meldungen von einem Wolfsgebiet, was dort ist und Co. die Rede. Wie gesagt, das Wahrscheinlichste, um es jetzt nochmal festzuhalten, ist, dass er wohl in die Oste gefallen sein muss. Wie gesagt, solange er aber auch nirgends dort gefunden wird, trotz sämtlicher Suchmaßnahmen, die wirklich sehr krass dort auch waren in dem Fall, gab es glaube ich in so einem Umfang auch noch nie, dass so viele Leute bei einer Suchaktion rund um Arian mehrere Tage dort mitgeholfen haben. Also auch nochmal großes Lob an die Polizei und die ganzen Helfer vor Ort. Das war ja wirklich überragend, was dort alles versucht wurde. Aber wenn man dann einen kleinen Jungen nicht findet, dann ist natürlich entweder die Gefahr sehr groß, dass er vielleicht doch von irgendeinem bösen Menschen mitgenommen wurde oder ja dann hier in die Oste gefallen ist, was ich auch am wahrscheinlichsten halte. Es gab aber auch Gerüchte von einem Jagdunfall und Co. Ganz, ganz fürchterlich, was da für Gerüchte existieren und da gibt es aber auch immer wieder Quacksalber. Ich bringe das jetzt hier nur alles hier auch mit rein, weil auch viele nach einem Update gefragt haben zu dem Fall Arian und ich bleibe natürlich auch in Zukunft dran. Ich hoffe nach wie vor, dass er noch lebend gefunden wird. Dennoch muss man natürlich hier realistisch sein. Und wenn er an die Oste gefallen ist und die Strömung so stark war, wie es auch berichtet wurde, dann ist natürlich die Gefahr riesig, dass er dort zu weit weggeschwemmt wurde und auch ertrunken ist. Und das ist ganz, ganz fürchterlich und grausam und macht einen auch nachdenklich. Aber nun gut, ja, das jetzt erst mal der Artikel von Brisant, der wie immer für euch als Quelle auch unten verlinkt ist. Ansonsten versuche ich in sämtlichen Fällen dran zu bleiben. Auch bei Valeria bleibe ich natürlich dran und werde natürlich auch drüber berichten, wenn es da was sehr Spannendes, Neues gibt. Bislang ist der Tatverdächtige dort noch nicht frei. Okay, aber wird noch überführt, also wird das auch noch ein bisschen anscheinend dauern, bis dann hier neue Neuigkeiten dann auch in die Medien geraten, die ich dann für euch vortragen kann. Und ich habe auch einen neuen Fall, falls ihr den noch nicht mitbekommen habt, von Leonie Utz. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Da wird eine 16-Jährige gerade in Bayern vermisst, zur Stunde, wo ich dieses Video hier für euch aufnehme. Da könnt ihr auch gerne nochmal vorbeischauen, falls euch solche Fälle interessieren. Ansonsten soll es das für heute hier gewesen sein. Lasst gerne ein kostenloses Abo da und ich wünsche euch dann ansonsten einen schönen Tag. Bis dann und ciao, ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann.